Sam Helga und zwar heute mit einer echten Premiere, das ist nämlich ein Titel und eine CD, die erst nächstes Jahr rauskommt, Anfang 96 und wie ich versprochen habe, Deutsch und deshalb heißt es nicht Venus, sondern Venus, die am Abend himmel. Tschüss. Venus Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020